hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier wieder mal hier mit audi also ich will euch was zeigen bei den audis gibt es eine krankheit das haben viele audis vielleicht eure auch ich weiß nicht aber hier gibt es immer die befestigung kaputt die stoßstange ist hier die stoßstange hier der wagen ist sehr tief gelegt vom werk aus tiefer gelegt der wagen und wenn jetzt hubbelmubbel hoch und runter geht und so dann setzen viele da auf und viele fahren viel zu schnell die hubbel hoch und runter achten gar nicht da drauf oder bürger stark unten runter und klein dagegen dann setzt das auf dann setzt er hier unten auf lebt den hoch und löst sie die stange hier drinnen das ist eine ganz lange stange von der man hier festmacht und 10er mutter ist das wenn die auf platz kaputt geht die geht schnell kaputt dann sitzt sie nicht mal sie seht ihr die maße hier ist wunderschön die maße aber hier ist viel zu viel nicht bald dann sitzt er nicht richtig drauf wir könnten mal klar trotzdem so weiter fahren das kein problem solange die befestungen hier oben dran sind aber ich würde es nicht machen bevor ich das mache ich euch das mal zeigen ich habe so eins mal gekauft ex um euch zu zeigen habe ich das mal gekauft hier seht ihr euch bald macht das ist optimal und hier wieder zu hoch die stangen sitzen nicht richtig fester die schrauben sind zwar hier fest und oben auch und so passiert auch nichts ich bin auch schon damit auch schnell gefahren links rechts gefahren schnell in kurve reingefahren hat also viel wind gehabt trotzdem nichts passiert ist alles ok ihr seht ne auf jeden fall tiefer manche linie aussieht noch tiefer vor allem wenn man Luftfahrwerk hat kann man ja den programmieren das hat ein paar knappdruck dann waren noch tiefer heruntersetzt dann sind die maße hier noch anders jetzt setzt der reifen hier auf meiner also ich habe meinen reifen mehr sturz gemacht da hinten vorne mehr sturz für sportlich das fahren ich spreche noch die reifen wird ja schon michaelin würde ich auch schon empfehlen beste reifen aller zeiten kostenfalls schweine geld aber sind sehr gut können sogar mit daran fahren wie auch immer auf jeden fall ich habe euch die stoffstange zeigen und nebenbei mal wenn ich schon dabei ist dann mal kurz zeigen wie man die abbaut ein bisschen kinderspiel hat man zehn minuten ab wenn es dann geübt ist 1 was man achten muss ist nur hier der wasserspeicher der wasserspeicher hier oben und das ist hier angeschlossen für die scheibenreitungsanlage und dann musst du hier langsam aufmachen und so ein clip auf einen clip hoch setzen dann gibt das ab und einmal am besten unterstellen kommt viel wasser raus aber es ist nicht so tragisch alles nicht so tragisch alles nicht so schlimm